Hi, ich bin Dimitri, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Meschede. Ich habe die Realschule in Meschede besucht und dort meinen Realschuss absolviert. Zurzeit mache ich eine Ausbildung, als Zerspannungsmechaniker in Fachrichtung drin bei der Firma ITERZ Schraubtechnik in Meschede. Als weltweit führender Systemdifferant in der Schraubtechnik stellt ITER unter anderem Schraubwerkzeuge zum Anziehen und Lösen größerer Schraubverbindung her, wie zum Beispiel diesen ITER Akku Drehschrauber. Was meine Aufgaben bei der Herstellung dieses Werkzeugs sind, möchte ich heute zeigen. So ein ITER Akku Drehschrauber besteht aus mehreren Einzelteilen, die wir hier im Standard-O-Mession selbst fertigen. Zum Beispiel drehen wir heute die Oberteile des Getriebegehäuses. Meine Aufgaben hierbei sind, die Maschine vorher anhand von Zeichnungen aus der Konstruktion zu programmieren, die Maschine einzurichten oder umzurüsten und natürlich den Fertigungsprozess zu überwachen, um eingreifen zu können, wenn Störungen auftreten. Das verhindert Verzögerungen im Prozess. Ein wichtiger Punkt am Ende ist die Kontrolle. Da bei uns hohe Ansprüche an Maßnahmen, Neulichkeit und Qualität bestehen, werden die Werkstücke in Stichproben artig überprüft. Meine Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und die Voraussetzung hierfür ist mindestens der Hauptschulabschluss Typ A. Neben dem charakterischen Teil meiner Ausbildung lerne ich den Theorieanteil an der Berufsschule Arnsberg-Nehheim-Berliner Platz. Dort sind meine Schwerpunktfächer Fertigungsprozesse, Automatisierungsprozesse und Instalterprozesse. Außerdem wird das Erlernte noch einen hauseigenen Werksunterricht vertieft. So werden wir optimal in unserer Ausbildung vorbereiten. Das besondere an der Ausbildung bei ITH Schraubdechnung ist für mich, dass wir schon früh eigenformulich arbeiten dürfen, dass gute Übernahmechancen nach der Ausbildung bestehen und dass es natürlich Möglichkeiten gibt, sich weiter zu üben, zum Beispiel als Techniker, Meister oder zu studieren. Spaß macht mir außerdem das Arbeiten an der modernen Maschine im jungen Team mit meinen netten Kollegen. Interesse? Dann findest du weitere Informationen über ITH und unsere Ausbildungsberufe unter dem Punkt Karriere auf itha.de. Also, starte auch du deinen Karriere beim Weltkampfführer. Wir freuen uns auf dich!